In diesem Video erfährst du alles zum Live-Event Operation Ember Sky. Los geht's! Starten wir zunächst mit einer kleinen Korrektur zu dem Video von gestern. Und zwar läuft die Operation Ember Sky das Live-Event vom 21. Januar bis zum 1. Februar. Da war meine Information im gestrigen Video nicht ganz korrekt. Läuft also wie gesagt bis zum 1. Februar. Soweit ich weiß ist das gesamte Event kostenlos für alle Besitzer von Ghost Recon Breakpoint. Das Event an sich ist ein Crossover-Event zwischen Ghost Recon Breakpoint und Rainbow Six Siege. Das ganze Event besteht aus 10 Missionen und zwar aus einer Intro-Mission mit einer Videosequenz und 9 spielbaren Missionen. Ich fasse euch mal die Story so ganz grob zusammen. Sentinel ist in den Besitz des Gases Ember Sky gelangt und will es weltweit verkaufen. Um ihre Interessen zu schützen haben sie das Gas bereits auf Aurora freigesetzt. Dadurch sind 5 große Gas-Zonen auf der Map entstanden. Wir müssen natürlich verhindern, dass Sentinel das Gas weiterverkauft, die Gasproduktion stoppen und dabei helfen ein Gegenmittel gegen die Auswirkungen des Gases zu finden. Dabei stehen uns 3 neue KI-Kameraden aus Rainbow Six Siege zur Seite. Und zwar Ash, Finca und Thatcher. Die neuen KI-Kameraden sind aktivierbar nach der Intro-Mission vom Event, also nach dieser Videosequenz. Ash, Finca und Thatcher haben jeweils eine Spezialfähigkeit. Und zwar kann Ash gegnerische Fahrzeuge und explosive Fässer zerstören. Finca kann dich heilen sowie dein Leben und deine Waffenstabilität boosten. Und Thatcher kann eine EMP-Granate auf Bodendrohnen, Geschütztürme und Mörser werfen. In den Gas-Zonen herrscht eingeschränkte Sicht und es gibt eine neue Gasmasken- bzw. Gasfiltermechanik, die euch dazu zwingt, bedacht vorzugehen und in regelmäßigen Abständen den Gasfilter auszutauschen. Zu den neuen KI-Kameraden und zu dieser neuen Gasfiltermechanik werde ich aber noch eigene Videos machen und auch sonst ist diese Woche vollgepackt mit Content zum Event. Also lass mir am besten einfach ein Abo da und aktiviere die Glocke, dann wirst du benachrichtigt, wenn ich neue Videos hochlade. Auch bei diesem Event kannst du dir natürlich wieder bestimmte Event-Belohnungen verdienen. Und zwar sind das diesmal die Waffen By-Liv 410, G2, 4AC, OTS-03, K1A, M590A1 und L85A2. Außerdem kannst du dir die Kostüme von Ash, Finca und Thatcher verdienen. Zum Abschluss des Events bekommst du eine Unterlauf-Schrotflinte, also ein Waffen-Attachment, wie es zum Beispiel auch Bug aus Rainbow Six Siege benutzt. Die Event-Belohnungen können vorerst nur innerhalb des Events verdient werden, aber falls du das Event jetzt verpassen solltest oder es nicht schaffst, alle Event-Belohnungen zu verdienen, dann kannst du die zwei Wochen nach dem Ende des Events auch bei Maria in Erebon für Scale-Credits kaufen. Lass mir gerne ein Abo da und aktiviere die Glocke, wenn dich das Video gut informiert hat und schreib mir super gerne die Kommentare, was du von diesem Event hältst. Ich persönlich finde es echt cool, mir hat das Spielen des Events auch super viel Spaß gemacht und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.